Guten Appetit! Wenn ich ein Lammatschun esse, beiße ich davon ab. So schmeckt er am besten. Geht das so? Ja? Okay. Es gibt zwar eine kleine Sauerei, aber dies gehört einfach dazu. Geht das dir helfen? Warte mal, ich nehme. Ich mache das jetzt kurz mit der Halle. Ja. Mm. Mm. Ich beiße gerne große Stücke ab. Okay. Mm. Mm. ich unterhalte mich beim essen nicht mit meiner assistenz da ich mich dabei sehr konzentrieren muss damit ich mich nicht verschlucke beim verzehr von speisen die viele lose zutaten enthalten muss ich besonders darauf achten dass ich mir nicht auf die zunge beiße oder mich verschlucke bei so einem essen sollten die fremden hände keine angst haben fertig zu werden mir ist es sehr wichtig dass ich meine fremden hände bei der essenseingabe nur auf mich konzentrieren und nicht nebenbei andere dinge machen ich mag es wenn die assistenz mit meinem essenstempo mithalten kann so muss ich keine ungewollten kaupausen einlegen dadurch sinkt die verschluckungsgefahr enorm ich mag das jetzt mit der hand so pasta okay 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 das wird jetzt interessant Moment, Moment, so, also jetzt hast du wie so ein kleines Paket. Oh, Achtung, Moment. So. Jetzt kommt es. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020